Weiter geht es mit Junior Jedi Knights, mit dem vierten Band, Anakin's Quest. Und mit diesem Band wechseln wir den Autor. Die vorigen drei Bände, welche sich mit der goldenen Kugel beschäftigt haben, waren allesamt von Nancy Richardson geschrieben worden. Aber hier beginnt nicht nur eine neue Story-Arc, sondern auch ein neuer Autor übernimmt, nämlich Rebecca Mojester, Kevin Chandersons Ehefrau, die ja auch mit ihm an Young Jedi Knights gearbeitet hat. Die Reihe, die etwa zur gleichen Zeit wie Junior Jedi Knights erschienen war. Auch dieses Buch wieder sehr dünn, wie gesagt, Jugendbücher für ein sehr junges Publikum. Einfach geschrieben, kann man auf Englisch ganz locker an einem Nachmittag weglesen. Also kommen wir zur Handlung an sich. Im Grunde steht Anakin Solo vor einem Dilemma, denn er hat Albträume von seinem Großvater Darth Vader. Und Anakin versucht, sich jetzt darüber klar zu werden, okay, habe ich das Zeug zum Jedi oder besteht die Gefahr, dass ich auf die dunkle Seite falle? Und dafür will er nach Dagobah reisen, da sein Onkel Luke damals dort in dieser Höhle seinen größten Ängsten begegnet ist. Und er will das jetzt auch tun, um sich einfach über sein eigenes Schicksal klar zu werden. Gleichzeitig, also bevor sie schon aufbrechen nach Dagobah, trifft auf Yavin 4 jemand ein, namens Uldir, ein Teenager. Ich glaube, er ist so 14, so 14, höchstens 16. Und er freundet sich mit Anakin und Tahiri an. Und Uldir ist ein interessanter Charakter und meiner Meinung nach das Beste an diesem Band durchaus. Weil er hat eine interessante Hintergrundstory, seine ganze Story hier ist im Grunde, dass er von zu Hause weggelaufen ist. Seine Eltern sind Piloten im Dienste der Neuen Republik und Uldir will unbedingt ein Jedi-Ritter werden. Er hat allerdings keinerlei Verbindung zur Macht. Aber Luke wird dann überredet, den Jungen dann doch aufzunehmen, einfach um ihm zu helfen, auf den rechten Weg zu kommen. Und weil er sich eben mit Anakin und Tahiri anfreundet, bricht Uldir mit ihnen auf nach Dagobah. Und dann reisen sie gemeinsam mit Meister Ikrid und Old Peckham, dem Versorgungspiloten, der dieses Schiff steuert, reisen sie nach Dagobah und erleben da allerlei abenteuernden Sümpfen mit widerlichen Monstern, die da leben, und Spinnentieren. Und am Ende muss sich Anakin eben der Höhle stellen. Er muss da rein und sich darüber klar werden, wo sein Weg hinführen wird. Ich denke, dieser vierte Band ist durchaus gelungen. Mir gefällt natürlich am meisten der neue Charakter Uldir, der hier eingeführt wird. Ich finde, er ist interessant. Und wir bekommen dann in den nächsten zwei Büchern noch mehr von ihm. Mir gefällt auch die titelgebende Quest von Anakin Solo. Das war ja etwas, das Tom Veach unbedingt machen wollte mit Anakins Charakter. Mit diesem Dilemma zwischen heller und dunkler Seite der Macht, weil er eben vom Imperator berührt wurde in das Dunkle Imperium. Im dritten Teil, glaube ich. Und das wird hier auch angesprochen, dass er vom Klon des Imperators berührt wurde. Dass er nun mal von Darth Vader abstammt. Und das ist alles gut gemacht und das gefällt mir, dass das hier so angesprochen wird. Also auch den vierten Band von Junior Jedi Knights, Anakin's Quest, kann ich definitiv empfehlen. Und beim nächsten Mal kommen wir dann schon zu Band 5, Vader's Fortress. Erneut geschrieben von Rebecca Moester.